Wenn dein Leben seit sieben Jahren täglich von Unruhen und Chaos begleitet wird. Da, wo du aufgewachsen bist, nur noch ein Trümmerfeld ist. Die Wunden nicht heilen, sondern aufreißen. Flucht der einzige Ausweg ist. Und die Welt nur zusieht. Schau nicht weg. Wenn du ihnen jetzt nicht deine Hand reichst, dann wird es für sie kein Morgen geben. Spende jetzt. Islamic Relief. Gemeinsam für eine bessere Zukunft. Danke sehr. So.